Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Tutorial auf diesem Kanal. Heute will ich mal den Ancbot ein bisschen, sagen wir mal, größer aufklären. Dazu können wir einmal schon mal den Ordner öffnen, wo er drin ist. Oder den Extraordner, was wir dann noch gebrauchen könnten später. Das machen wir jetzt erstmal so zur Seite. Das ist jetzt erstmal, ne, ich kann es auch klein machen. So, wir öffnen hier erstmal. Dann kommt jetzt unsere schöne, schönste kleine Konsole, kommt jetzt die gleich, wenn es alles geladen hat. So, vorab, der Ancbot wird nicht mehr, äh, supported. Das bedeutet, er, also er wird schon noch supported, aber es kommt halt keine, es kommen keine neuen Sachen dazu. Also es kommen jetzt nicht, äh, ich weiß nicht, was es noch geben soll. So, ich bin mit Ancbot komplett total zufrieden. Und ich weiß auch nicht, es gibt jetzt Leute, die Phantombot, äh, auf Phantombot gewechselt haben. Es gibt Leute, die auf D-Bot sind. Bei D-Bot gibt es, soweit ich weiß, jetzt nur eine Funktion mehr. Und das ist das mit den GIFs abspielen mit einem Comment. Dazu kommen wir dann auch gleich. Also, am Anfang ist jetzt erstmal nur ein bisschen Erklärung. Und dann erkläre ich das in einzelnen Tabs. Unten mache ich dann eine Timeline rein, wo ihr euch aussuchen könnt, wenn ihr das entweder braucht. Oder ich mache Links zu den, äh, zu den einzelnen Videos, die ich entweder gleichzeitig alle hochlade. Oder die dann nach und nach erst erscheinen. Aber ich denke mal, es wird dann sofort instant alles kommen. Entweder in einem Video, wo alles eingebläht, also eingelähtet ist unten. Oder halt ein Video, die Information und dann rät alles zusammengegliedert. Okay, da starten wir jetzt erstmal, ähm, ihr seht schon, ich bin hier schon mit meinem Bot und mit meinem Streamer-Client connected. Das geht ganz einfach, indem ihr oben euren, also Bot-Namen, da müsst ihr also erstmal einen Account für euren Bot machen. Heißt, wenn ihr zum Beispiel, wie bei mir, DES280 heißt, habt ihr hier den Streamer-Namen. Den könnt ihr hier reinklicken. Wenn ihr den, äh, Autosifikierungstoken nicht wisst, wie es geht, könnt ihr dann einfach hier unten draufklicken. Also bei mir geht es jetzt gerade nicht, aber, warte, ihr habt Disconnect. Dann könnt ihr hier draufklicken, dann öffnet sich ein Pop-Up im Browser und diesen Link fügt ihr dann einfach hier unten hinein. Dann drückt ihr auf Connecten und dann solltet ihr direkt, Attempts to Connect, Successfully Connected. So, heißt, mein Streamer-Account ist jetzt da. Mein DES280 ist jetzt im Chat. So, dann habt ihr, müsst ihr euch im Twitch auf eurem Browser ummelden. Also, ausloggen, einen neuen Account machen oder halt auf den existierenden einloggen, der die ganzen Nachrichten senden soll. Wie zum Beispiel jetzt, könnt ihr jetzt machen die, äh, Dash Machine oder, äh, Death Horster oder, ich weiß nicht, was halt bei mir jetzt, ähm, so als Namen kommen würde. Oder halt irgendwie der Manager von bla 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 oder Death Manager zum Beispiel, sowas in der Art. So, dann macht ihr genau das gleiche. Ihr macht unten euren Kanal rein, also euer Main-Account, wo ihr streamen wollt. Dann macht ihr hier oben euer Bot-Namen, ist ja logisch. Und den Authentifizierungstoken ist genau das gleiche wie mit dem normalen. Geht ihr hier drauf, öffnet sich ein Pop-Up-Fenster, fügt es ein und connectet. Und, so, die Voraussetzung, um diesen Bot überhaupt benutzen zu können. So, jetzt können wir erstmal, gehen wir erstmal hinter zu den Basics, zu den Settings. In den Settings könnt ihr erstmal einstellen, ob es automatisch connecten soll. Wenn ihr es zum Beispiel startet, könnt ihr an- und ausmachen, ähm, sollte normalerweise immer an sein. Und, ja, könnt ihr auch schalten, wenn ihr das wollt, wenn nicht, dann lasst das. So, Bot-Message-Zend-Delay klingt ja schon, wenn man ein bisschen Englisch-Kenntnis hat, eigentlich logisch. Heißt, wenn man jetzt den Comment, ähm, Uptime aus, also auf so Zeichen Uptime eingibt, dass der dann nach zwei Sekunden kommt. Das geht, soweit ich weiß nicht, weiter runter. Ne, es ist zwei Sekunden. Ist das Mindeste, was geht. Custom Sub-Icon, dazu muss man dann halt einen extra PNG aussuchen. Ihr könnt euch, äh, entweder die, genau das, ich weiß gar nicht, ob das eine Krone, ne, Krone war im Moderator, ähm, was auch immer das Icon halt ist, könnt ihr halt aus dem Internet ziehen, das als PNG abspeichern und das halt dann einfach einfügen. So, das Display-Comment-Cooldown-Message, das ist, äh, auch wenn ihr Comments benutzt, die ihr dann, äh, zum Beispiel jetzt SFX-Töne, die ihr auf zwei Minuten Cooldown oder nen Heist oder nen anderen Common, wo ihr jetzt was gewinnen könnt von, ähm, Currency System Points oder auch, ähm, die, äh, Nachrichten, was man für ein Spiel spielt oder was man, äh, wie lange man jetzt den Follow, also wie lange der Follow jetzt schon da ist, also wie lange jetzt XY dem Kanal XY oder XYZ followt. Dass man das dann halt nicht spammt, kann dann auch eine Nachricht kommen, zum Beispiel, wann halt der Comment wieder verfügbar ist. So, hier seht ihr dann noch als nächstes Follow-Notify, Notify. Und das ist halt, was steht da, ne? Bedeutet einfach nur, dass wenn ihr jetzt gefollowt, subscribed, gehostet, was sonst was werdet, dass ihr dann die Nachricht bekommt. Heißt, es kommt in Chat, ne Nachricht, User, dde, dde, followed, blblbl, danke. Könnt ihr dann hier noch die Custom Replay einfügen, was dann als Nachricht kommt. Kann man machen, muss man nicht, habe ich jetzt nicht, weil ich noch einen anderen Stream, also einen Alert Stream benutze, das ist TippeStream, dazu können die auch kommen. Wenn es euch dann vielleicht interessiert, müsst ihr mir mir schreiben, dann können wir das auch gerne machen. So, dann habt ihr hier die Link Protection, wenn ihr zum Beispiel jetzt, ja, Links habt. Ja, dann könnt ihr zum Beispiel die Links auch als die Whitelist hinzufügen. Wenn ihr zum Beispiel YouTube, bestimmt YouTube Links haben wollt, die möglich sind zu posten, dann kann man das auch machen. Muss man aber nicht, weil man ja selbst Timeouten kann oder sonst was. Caps Lock, ich weiß nicht, gegen Caps Lock habe ich zum Beispiel auch keine Probleme. Das ist rein theoretisch alles weg. Brauche ich, brauche man alles nicht. Kann man sich, kann man sagen, ja, muss nicht sein. Kann man auch Regeln machen bei Twitch, gibt es auch. Oder man kann es auch sagen, wenn es stört. So, Regular, das ist eigentlich nur die, ja, sagen wir mal, die Information, dass es die Leute länger als, ich glaube, je nachdem, was man einstellt, zugeguckt haben, die da automatisch zum Regular werden oder man muss es selbst einstellen. Editor ist, ja, Editors sind, sagen wir, Leute über Moderator. Also, bei Editor können diesen Mod hier, also diese Konsole mit benutzen, theoretisch. Also im Chat. Heißt, wenn jetzt hier Fresh Toast wäre, könnte er jetzt hier einen Comment einfügen und halt auch die SFX-Töne verändern und sonst was, wenn er halt die bestimmten Voraussetzungen oder die Kenntnisse hat. So, Blacklist-User, ja, ihr könnt hier gesperrte User halt auch noch hinzufügen, wenn ihr jetzt zum Beispiel Hater habt, könnt ihr auch denen sagen, was sie machen dürfen. Was halt auch recht sinnlos ist, finde ich. Kommen wir zu dem zweitwichtigsten Punkt erstmal meiner Meinung nach im Anc-Bot, weil sonst das Ganze danach nicht wirklich funktioniert, was ich dann erkläre, was ich gerade mitbekommen habe. Deswegen muss ich es jetzt dann nochmal neu machen. Und zwar das Currency System. Das Currency System ist aufgebaut wie euer Geld in echt Euro. Bloß im Chat. Heißt, wenn ihr zuschaut, wenn ihr jemanden hostet, also wenn ihr denjenigen hostet, der den Bot benutzt oder wenn ihr... Also wenn ihr Follows reinbekommt und der Follower bekommt extra Punkte dafür, dass... Also extra, sagen wir mal, Geld dafür, dass er euch gefollowt hat für einen Punkt oder Subscries oder... ...dies wieder subscribed oder disrated oder nur aktiv da ist. Dafür ist das Currency System. So, ihr könnt ganz oben, könnt ihr euch festlegen, dass mit dem Comment, das ist jetzt etwas kompliziert, sondern das mit dem Comment, das erkläre ich euch nachher noch. Normalerweise ist das das normale Comment, was ihr da habt. Das Problem ist, ich habe das über Whisper eingestellt. Das zeige ich euch nochmal. Sonst könnt ihr euch einfach oben euer ganz normalen, sagen wir mal, zum Beispiel Money eingeben. Einfach Money ein. So, fertig. Das wäre dann für euch das, was ihr machen könntet. So, ich lasse das aber. Äh, nein. So, äh, meins ist momentan Zenny. So, könnt ihr euch dann ein Money oder irgendwas halt einfach eingeben, was euch gefällt. So, das Response ist halt, wie es wiederkommt. Heißt, wenn ihr jetzt das, also euer Ausrufezeichen Money kommt, müsst ihr im Chat kommen, Ausrufezeichen, also müsst ihr eingeben, Ausrufezeichen Money. Okay, und dann kommt User, B, 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 Rang Neuling zum Beispiel. Jetzt bei mir, seht ihr hier, könnt ihr hier an der Seite immer einen neuen erstellen. Sein Rangnamen. Was man braucht dafür, das ist jetzt, je nachdem, wie ihr es eingestellt habt, müsst ihr hier oben gucken, was ihr einstellt. Zum Beispiel jetzt den Rang, also per Stunden oder Punkte. Je nachdem, wie viele Punkte du hast, kommst du dann den nächsten Rang hoch. Das kannst du hier einstellen. Wenn du das halt hier unten mit Punkten machen willst, also jetzt Rangname, ja, Neuling halt, wie bei mir, Neuling, machen wir mal so. Request, sagen wir mal, ich habe auch Follower-Punkte, also ein Follower bekommt, wenn jemand folgt, kriegt er 50 Punkte. Dann kriegt er pro 5 Minuten einen Punkt. Heißt, er müsste schon mindestens länger da sein. So, heißt, ich würde das auf jeden Fall schon mal runterstellen, eine Follower-Boost oder Bonus oder sonst was. Dann würde ich den jetzt hier erstmal auf 10 machen, sagen wir mal so. Post mache ich mal auf 5. So, Subscries sowieso und machen wir mal hier im Moderator auf 2. Jetzt könnt ihr hier machen, ihr würdet das auf 20 setzen, dann müsste er euch followen und etwa 50 Minuten gucken. Grob gerechnet jetzt. So, oder ihr stellt es halt noch weniger und er wird automatisch halt dann zum Neuling. So, ihr könnt halt das auch für Subscrieser zum Beispiel auch nicht machen oder nur für Moderator. Dann geht es halt nur für Moderator. Aber ihr habt dann trotzdem den bestimmten Rang nur. Je nachdem, wie ihr es macht, könnt ihr auch mehrere hinmachen, weil ich habe hier momentan leider noch nicht so viel. Das ist ein bisschen noch komisch und ich muss da noch ein bisschen was einstellen. Aber sonst, vom Grundprinzip ist das erstmal fertig. Hier oben könnt ihr, wie gesagt, einstellen. Become automatically, also automatically, become a regular at 80 points. So, Punkt. 80 points. Das bedeutet nichts mehr, als dass, wenn ihr 80 Punkte erreicht, die ersten 80 Punkte, Stunden, was auch immer, könnt ihr euch halt aussuchen. Eins von den beiden. Dass er dann automatisch regular wird. Das ist wichtig für die Song Request, für die SFX-Töne, für die Giveaways, Events, Minigames, Timers, ne Timers nicht, aber Comments und sowas noch. Dass ihr, zum Beispiel, könnt ihr ja Comments festlegen für nur Viewer. Das ist halt unter Regular. Oder halt für Regular und Höher. Das bedeutet Regular, Moderator, bestimmten Rang und sonst was. So, das ist zum Beispiel wichtig. Dann könnt ihr hier unten halt noch die Lifetime ein, so jetzt wie ausgezahlt wird immer, Online-Payout, wenn man streamt. Wird es aller 5 Minuten, zum Beispiel, gerade hier hinten seht ihr es, aller 5 Minuten, ein Punkt ausgezahlt. Wenn ich offline bin, wird aller 5 Minuten null ausgezahlt. Klingt logisch. Ist ja erstmal so. Hier unten könnt ihr dann euren eigenen Namen raussuchen, theoretisch. Und dann einfach euch Punkte des Todes geben, was ihr nicht braucht. Ich habe zum Beispiel Behemica einfach mal zigtausend Punkte gemacht, weil er einfach zu mir reingekommen ist und gegambelt hat. Das mit dem Gamble, das kann ich euch auch gerne zeigen. Oder das zeige ich euch dann auch noch in dem Video. Aber jetzt geht es erstmal weiter. Das Currency System ist jetzt damit erstmal abgeschlossen. Soweit. Außer, ich zeige euch jetzt direkt noch den Comment. Aber wirklich nur den Comment für den Whisper. Nur den Comment für den Whisper. Ich gehe jetzt hier auf Comments. Suche jetzt nach Zenny. Das ist mein Zenny. So sieht mein Zenny-Kommentar aus. So. Und der, der wird gewispert. Das Problem ist, ich hätte es gar nicht so machen müssen, weil... Also das ist das Einfachste theoretisch. Das Problem ist, man kann es auch so machen, dass man hier oben Whisper benutzt. Ja. Da musst du das mit dem W nicht davor machen. So. Das mit dem User, das bedeutet nur, dass der User, der den Comment benutzt, auch als diese markiert wird. Und Horrors, erhauers, dann halt auch, was er, wie viele Stunden er dabei ist. Und Rang, dementsprechend, was er für einen Rang ist. Dafür, einfach nur dafür, dass nicht so viel im Chat gespämt wird, von wegen, ja, der hat so viele Punkte, der hat so viele Punkte, der hat so viele Punkte. Deswegen habe ich mir jetzt einfach so gedacht, machst du so. Whisper bekommt eh jeder mittlerweile. Das wird selbst im Chat mittlerweile angezeigt, wenn man es auf dem Handy zum Beispiel spielt. Oder guckt, besser gesagt. Und deswegen ist es besser. Dann ist das Currency System theoretisch soweit fertig. Und dann kommen wir zum nächsten. Jetzt kommen wir zu dem einen Tab, was mir persönlich am meisten Spaß macht. Das sind die SFX-Töne. Das sind diese schönen SFX. Das bedeutet, ihr könnt irgendwo, am besten würde ich euch empfehlen, macht auf eurem Computer einen Ordner, wo ihr alle diese Töne reinzieht. Weil sonst wird das sehr schnell unübersichtlich. Ihr könnt Kosten hinzufügen, ihr könnt Codons hinzufügen, ihr könnt Permissions hinzufügen, also wer es benutzen darf, ab wann, also wieder welchen Rang. Ihr könnt die Codons pro User und ihr könnt es sogar voten lassen. Das bedeutet, es müssen zum Beispiel vier Leute für abstimmen, dass zum Beispiel ein scary Scream kommt. Das ist bei, gerade zum Beispiel bei solchen Horror-Game-Streams eigentlich recht gut. Das kann man auch wispern lassen, dass der Bot das auch annimmt. Was eigentlich auch eine gute Idee ist, finde ich. Muss ich aber mit dem wispern, das ist doch so eine Sache. Ich weiß nicht, ob das alles funktioniert, aber das möchte ich noch gucken. Aber, es sollte auch funktionieren. So, wie ihr es einstellt, ihr könnt, ich nehme jetzt einfach mal, wir nehmen jetzt einfach mal ein billiges, wir nehmen jetzt einfach mal dieses Nein-Doch. Nein-Doch, kennt ihr jeder, dieses Nein-Doch. Previous Sound, hören wir mal hin, wartet, muss ich kurz umstellen. Das da und fern rein. Nein-Doch. So, das ist der kurze Sound. Bedeutet, Minimum Votes einer. Es kann einer voten, dann kommt es. Es kostet nichts. Point-Cost, null. Kann man je nachdem einstellen. Ich meine, gut, wenn es gespamt wird, sollte man vielleicht die Punkte oder die Cooldown hochstellen. Bei mir sind sie nicht so stark momentan. Permission Everyone, kann jeder benutzen. Ist für jeden frei zugänglich. Warum auch nicht? Umso mehr können Sie es benutzen. Und umso besser wird es, denke ich mal. User Cooldown ist halt auch wieder das. Je nachdem, welcher User, also jeder User darf das halt dann nur einmal benutzen. Alle 15 Minuten, alle 20 Minuten, wie auch immer. Je nachdem, wie es halt der Sound euch anpisst oder ihr ihn mögt, ist halt zum Beispiel richtig nice. Weil ich mag zum Beispiel den Déjà-vu schon von, ich weiß gar nicht, wie der Anime hieß. Wo haben wir denn, Déjà-vu, warte mal, wir gucken mal, ob wir was finden. Dann kann ich euch mal so ein richtig geiles, wo haben wir denn Kosten nach oben, Kosten nach oben. Und zwar, hier ist es. Da muss ich jetzt mal hier recht drauf machen. Edit. Previous Sound. So, hier habt ihr die ganzen, also die ganzen Töne, die ich drin habe. Wirklich alle. Das sind momentan, ich glaube, um die 52 Stück. Und, nee, weniger 50 Stück, weil unten hier noch zwei Ordner sind. Das bedeutet, ich habe 50 Musik-Ausschnitte, die man einfach so benutzen kann. Was eigentlich schon ein richtig nice Feature ist. Feature. Futur. Ja. Was eigentlich schon eine richtig nice Funktion ist. Schon alleine, weil es halt, du kannst da so viele Scheiße reinbauen. Und gerade bei solchen Shooter-Streams oder sowas, wo du halt so, keine Ahnung, sowas nice ist oder so. Nice machst oder so. Das ist richtig geil. Und es kommt auch richtig gut an, finde ich. Das war es eigentlich soweit mit den SFX-Tönen. Wie gesagt, es ist MP3 braucht ihr am besten. Und ja, MP3. Ist das Beste auf jeden Fall. Dann kommen wir jetzt zu den Minigames, würde ich meinen sogar. Die Minigames. Hier habe ich schon angefangen. Das ist jetzt das Betting-System. Das ist halt Wetten. Ihr könnt jetzt zum Beispiel auf den Tiger oder auf den Hund wetten. Das bedeutet, ihr müsst jetzt, ähm... Ihr könnt jetzt hier einstellen. Den Minimum, äh, Amount. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt, äh... Einfach jetzt auf mich bezogen. 1 Centi bis 100 Centi. Können die Zuschauer jetzt wetten. Ihr könnt auch einen Bed-Timer einbauen. Heißt, wie lange ist der... ...Bet-Pool offen. Also wie lange können da Leute reinkommen, wetten und versuchen da noch so schnell wie möglich was rauszuholen. Das bedeutet nichts anderes. Ich mache, ich habe jetzt oben drüben einen extraischen Chat hier auf, damit ich nicht extra auf die Konsole umwechseln muss im Tab. Bedeutet jetzt, ich muss jetzt Bed 1. Zum Beispiel jetzt hinten ist ja die Zahl. Seht ihr hier hinten? 0 ist Tiger, 1 ist Hund. Ich wette jetzt einfach mal auf den Hund. Äh, auf den Hund, ja. So, und jetzt kommt, jetzt kommt der Amount. Heißt, müsst ihr, müsst ihr jetzt halt zum Beispiel, ich weiß nicht, machen wir einfach mal 28. So. Jetzt müsste ich, also jetzt muss ich selbst den, selbst stoppen. Und jetzt sollte theoretisch eigentlich der Gewinn kommen. Was es aber gar nicht tut. Warum nicht? Wetten hat gestoppt. Oder man muss das dann selbst auswählen. Das kann auch sein. Also ich kann Picker win. Das kann dann sein, dass ich dann zum Beispiel, wir machen es jetzt, wir machen es mal anders. Wenn wir jetzt zum Beispiel, ähm, was machen wir dann, äh, Platz 3, Platz 3, Add, Platz 2, Platz 2, Add, Platz 1, Platz, genau, Platz 1. Und, so, jetzt starten wir das Ganze nochmal, starten. Jetzt kommt das Platz, äh, Platz, jetzt haben wir mal, wir wetten jetzt, also wir wetten jetzt, dass ich in der nächsten Runde Platz 2 werde. Mit 28. So, dann stoppe ich das, denke ich, dann muss ich das, denke ich mal, selbst stoppen. Und dann kann ich hier drauf hin, wenn ich jetzt wirklich gewonnen habe, pick as a winner, are you sure you want to reward everyone who will vote on this option. Will ich wirklich jeden, der darin gewonnen hat, auch belohnen, in dieser Option. Seht ihr jetzt links, in meinem Chatty-Fenster, everyone that bet on Platz 2 has been rewarded. So, ich habe ein Payout von 10%, ich habe 28 reingegeben, heißt ich bekomme 2,8 raus, eigentlich, was eigentlich 3 aufgerundet wäre, aber ich denke mal, das wird dann die ganze Zahl nehmen, also nur die 2, deswegen bekomme ich nur 30 wieder. Je nachdem, was man jetzt spielt, könnte man das jetzt wirklich machen, zum Beispiel jetzt, ähm, wenn man jetzt zum Beispiel H1, Z1 macht, könnte man die Top 10 machen, und dann 1, 2 und 3, zum Beispiel. So, Reset, Remove All, ja. Das Pole-System, Pole-System ist Umfrage, Umfragesystem, ja, kennt man. So, ganz einfach, wir machen jetzt einfach, ist ganz einfach, jeder kennt es, Call of Duty, COD, ne, komm, wir machen Call of Duty, Call of Duty, COD, yes, heißt, wir können jetzt gleich voten, ob wir Call of Duty voten oder nicht. Oder halt, wir machen jetzt zum Beispiel Spiele-Umfrage, das wäre jetzt einfach eine ganz einfache Umfrage. Bedeutet, wir machen jetzt, COD haben wir jetzt drinnen, Call of Duty, und machen jetzt einfach mal, äh, Battlefield. Sind, äh, zwei, Battle, bin ich behindert, Field, kann ich grad nicht schreiben. Was ist, kann ich Battlefield grad nicht schreiben, bin ich grad wirklich so gelähmt? Battlefield 1. BF1, so, machen wir jetzt dazu. Jetzt haben wir Battlefield 1 und COD. Jetzt kann ich theoretisch wieder starten, wie immer, logisch, wie kann ich, kann ich mich direkt aktivieren. So, hier seht ihr drüben wieder, Pole started, COD, BF1. Umfrage? Jeder kennt eine Umfrage. Ich meine, esst ja gerne Pizza, wer, wie viele Leute stimmen für Pizza, wer stimmt für Cola, wer stimmt für Fanta. Okay, ne, so, Ausrufzeichen, vote, logisch, voten, ne, man stimmt ab. 1. Jetzt seht ihr hier, bei Battlefield 1 wurde einmal gewartet. Bedeutet, gut, bei Battlefield wird gestreamt. Angenommen, ne. So, Klaus-Paul wird geschlossen. Of the winning option, ja. Da kann man jetzt halt drücken, dass, wer gewonnen wird, also wer gewonnen hat, welche Option. Und, man sieht's, Battlefield 1, won with one votes. Das bedeutet, Battlefield hat jetzt die Abstimmung gewonnen. So. Und jetzt kommen wir zu dem ganz lustigen. Das Minigame. Oder, der heißt, wie jeder kennt. Ich hab's einfach mit Badehose gemacht. Ich weiß es gar nicht mehr. Mir ist einfach nichts eingefallen, glaub ich. Bei mir könnt ihr starten mit Ausrufezeichen Raub. Maximal 2800. Cooler in 15 Minuten. Startet 3 Minuten. Jeder darf reinkommen. Und es wird auch nach einem gestartet. Also, es wird auch mit einer Person gestartet. Heißt, Raub 280. Der ist zwar dann versucht, seine Badehose anzuziehen. Helft ihm. Gebt Ausrufezeichen Raub an. Das ist ein Zenny-Zahl. Ist ja logisch, ne. Man muss ja auch hinweisen, was es bedeutet. So, das ist hier. Das ist die erste. First Entry Message. Wenn der erste reinkommt. Der erste. So. On Cooldown. Bedeutet, wenn der Raub jetzt zu Ende ist. Wenn der Raub jetzt zu Ende ist. Und ihr tatsächlich jemanden nochmal versucht voreilig. Dann kommt diese Nachricht. Das wird am Anfang, wird das bei euch alles Englisch sein. Mit, glaub ich, Heist. Könnt ihr euch nach eurem Belieben oben stellen. Könnt ihr auch so lassen. So. Dann könnt ihr, wenn der Cooldown weg ist, wird er auch geschrieben im Chat. Wir werden nicht mehr verfolgen. Sammelt euch und startet neu. Mit Ausrufezeichen Raub. Das Dollarzeichen Comment steht nur dafür, dass Angbot diesen Comment dazu liest. Das bedeutet, wenn ihr das Dollarzeichen Comment weg macht, müsstet ihr, wenn dann, Ausrufezeichen Raub hinschreiben. Oder ihr lasst es so mit den Comment, dann liest er, egal was da oben drinnen steht, liest ihr das immer vor. Ihr müsst es nur anpassen. So. Wenn die Mission startet, nach drei Minuten bei mir, startet Delay, drei Minuten. Fängt es an. Es beginnt. Alle bereit machen. Es fängt an. Klamotten wechseln und rein in die Badehose. Es wird geklaut. So. Wenn die Mission fehlt, kommt die Nachricht. Sieht so aus, als ob User nicht rechtzeitig seine Sachen gepackt hat. Hoffen wir nächstes Mal ist es besser. Ist ja schneller. Gott, verdammt. Ich kann nicht lesen. Es ist vier Uhr. Lass mich in Ruhe. Okay. Das Ergebnis. Der Suche. Und dann kommt das Resolutes. Resolutes. Wie auch immer ausgesprochen wird. Ergebnisse. Meine Fresse. Dann kommt halt das Ergebnis. Wird vorgelesen. Was passiert. Was kommt. Wenn jetzt nur einer reinkommt. Wie ich jetzt zum Beispiel gerade. Wird jetzt das gleich kommen. Ja. Es wird gleich diese Mission. Äh. Diese Nachricht wird gleich kommen. Sieht so aus, als ob der Starlight es geschafft hat. in seiner Badehose etwas mitgehen zu lassen. Ohne eklige Hilfe. Oder es kommt halt der Luz. Also halt. Der Starlight hat es wohl geschafft. Ganz alleine und einsam zu verlieren. Die Badehosenpolizei hat ihn erwischt. Okay. Man kann. Hier hat man halt Victory. 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 Also wenn man halt verliert. Logisch. Wenn man 1 bis 25 Prozent. Wenn man 25 bis 74. Und so. Je nachdem. Je nachdem. Wie ihr es machen wollt. Das Problem ist. Ich weiß jetzt gar nicht. Wie es ist. Wenn ich jetzt. Doch. Wenn jemand. Genau. Alles klar. Was. Uh. Alleine geschafft. Ich wurde. Uh. Ich wurde abgehoben. Abgehoben. Abgehoben Junge. Mh. Damn Son. Dääh. Was ist wenn ich eigentlich. Ich wo da groß schreibe. Passiert das noch was? Weil das nämlich. Das D ist ja kleingeschrieben. Das muss ich ja mal testen. Dann mal. Das schreibe ich dann nochmal runter. So. Ja. Wie war Chance. Wie gewinnen halt. Könnt ihr halt. Einstellen. Lasst ihr. Könnt ihr euch belieben. Wenn jemand halt. Wenn man in der Gruppe gewinnt. Payout. Ist halt nicht so viel. Logisch. Aber wäre auch. Dass Leute länger zugucken. Deswegen halt. Der Regulärer. Ist halt normal. Und ja. Das war es theoretisch. Auch mit dem. Minigames. So. Auch nicht eigentlich. Minigames. Gibt es auch mehr. Da komme ich jetzt dazu. Das ist jetzt. Wieder ein Comment. Und dazu muss man eher. Ein bisschen tiefer. In die Materie. Von Ancbot hinein. Dafür haben wir. Ganz am Anfang. Den Ordner schon mal aufgemacht. Das bedeutet. Wir gehen jetzt erstmal. Auf die Comments wieder. Weil die Comments. Sind jetzt das. Was wir brauchen. Und halt auch der Log. Ihr seht jetzt hier. Habe ich schon einige Dateien. Einige Textdateien. Seht ihr hier. Gamble. Text. Roulette. Text. Spin. Text. Who's that Pokemon. Text. Und natürlich. Der allseits beliebte. 8 Ball. So. Ihr müsst natürlich als erstes. Dem. Bot erstmal erklären. Was es für ein Comment ist. 8 Ball. Ausrufezeichen. 8 Ball. So. Bedeutet. Ihr schreibt eure Nachricht. Also Ausrufezeichen. 8 Ball. Schreibt ihr hin. Ausrufezeichen. 8 Ball. Ihr könntet jetzt. Ohne was absenden. Das Problem ist. Das Ziel an 8 Ball. Ihr soll. Ihr fragt was. Und ihr bekommt eine Antwort. Diese Antwort. Wird vorgelesen. Aus der. Textdatei. 8 Ball. Punkt. Txt. Das geben wir dem Ancbot so. Dass er. Eine. Random. Line. Read. Random. Heißt. Bedeutet. Auf deutsch. Lies. Eine. Zufällige. Zeile. Bedeutet. Wir gehen jetzt in die Textdatei rein. Machen die jetzt mal ein Stück größer. Aber ich will nicht jetzt so groß machen. Machen die jetzt ein Stück größer. So. Und hier könnt ihr jetzt. Reinschreiben was ihr wollt. Aber. Der. Ancbot. Nehmt immer nur. Eine. Zeile. Egal wie lang. Er nimmt nur eine Zeile. Bedeutet jetzt. Wenn ich jetzt bei 8 Ball frage. Ausrufezeichen 8 Ball. Wird das Wetter. Das. Ja. Ich hätte auch besser schreiben können. Wetter. Heute. Gut. Fragezeichen. Enter. Dann kommt der 8 Ball. Und sagt mir. Magic 8 Ball sagt. Bist du dumm oder was? Das ist hier. Seht ihr das? Hier. Das ist die erste Random Line. Das könnt ihr jetzt die ganze Zeit machen. Ihr könnt es auch testen. Ihr könnt ja auch. Mich ins. Bäm. Schau in dein Herz. Du wirst die Antwort selber sehen. Na klar. Hätte dir jeder sagen können. Und was jetzt zum Beispiel ein großes Problem für mich war. Das war das mit den Ü und Ä. Ich zeige euch das jetzt mal als ein Testbeispiel. Wir machen jetzt hier mal so ein Textdatei. Test. Gehen da mal rein. Und machen wir mal Ö, Ä, Ü. Und Ö, Ä und Ü. Wir nehmen nur die eine Datei. Nur die eine Zeile. So. Wir nehmen jetzt. Nehmen wir jetzt einfach mal hier. Test. Ändern das hier hinten um. Zu einem Test. Das heißt der Test. Wir haben es der Test genannt. Logisch. So. Das müsste richtig sein. Wir machen jetzt einfach mal. Test ist already. Okay. Gut. Wenn Test schon vergeben ist. Dann YOLO. Das juckt halt eh keinen. So. Jetzt geben wir hier Test ein. Das kommt. Diese Zeichen. Ihr seht diese Zeichen. Ich habe den Support angeschrieben. Also den Marken habe ich angeschrieben. In Twitter. Der hat mir gesagt. Es gibt einen ganz einfachen Trick dabei. Ihr müsst die Textdatei in ein bestimmtes Format ändern. Und zwar ist es das UTF8. Ihr benutzt einfach die Codierung UTF8. Speichert es ab. Drückt ja. Ihr habt die gleichen Dateien drin. Schließt es. Gebt wieder Test ein. Und dann. Und die Dateien sind da. Das habe ich. Sehr lange Zeit. Habe ich nicht gewusst. Wie es funktioniert. Bis ich dann auf die Idee gekommen bin. Komm. Schreib es mir einfach mal an. Ich meine. Mehr als nein. Kann er dir nicht sagen. So. Zu den nächsten. Was wir jetzt an Minispielen noch hatten. Es gibt jetzt hier bei mir. Gambeln. Ihr könnt gambeln. Das sieht für euch. Wahrscheinlich sehr. Verwirrnd aus. Denke ich jetzt mal. Und zwar ist es einfach ganz einfach ausgebaut. Ihr habt vorne schon die Systeme. Add Points. Heißt wenn man gewinnt. Remove Points. Wenn man verliert. Add Point. Gewinnt. Verlieren. Es gibt vier Funktionen. Also halt. Fifth. Also eigentlich ist es 50-50. Wenn man die Toten nimmt. Es ist ja zweimal zwei. Du kannst zweimal gewinnen. Du kannst zweimal verlieren. 50-50. So. Der User. User. Du selbst. Der den Comment aufruft. Nummer. Die Nummer. Ja. Also eine Nummer. Die Zahl. Einfach nur die Zahl. Ja. Nur die Zahl. So. Es rollt die Nummer. Doppelpunkt. Äh. Punkt. Doppelpunkt. In Klammer. Also die eckigen Klammern bedeuten nur. Das ist nur eine Hervorhebung. Mehr ist es nicht. Es ist nur eine Vorherhebung. Eine Random Nummer. Hash. Also Dollarzeichen. Random Number. In Klammern. Von. Komma. Bis. Klammer zu. Bedeutet. Er pickt eine Zahl aus 61 bis 100. Dann gewinnst du. In diesem Radius. Wenn du von 1 bis 60 kommst. Verlierst du. Das Dollarzeichen User bedeutet nur. Dass der User der den Befehl ruft. Erwähnt wird. Wenn du. User. Wenn du jetzt halt den User. Wenn du gewinnst. Bekommst du das. Also bekommst du halt. Ich glaube den doppelten Wert. vom Gamble her. Du siehst nur das Gamble. Das ist nur Gamble. Gamble ist 100% Aufschlag immer. Das kannst du auch noch mehr einstellen. Das brauchst du aber noch mehr Funktionen. Heißt du musst es mehr umschreiben. Das bedeutet jetzt wieder. Wir machen jetzt hier mal Gamble. Ausrufezeichen. Gamble. Gamble. Machen wir mal mit 280. Und. Was kommt? Verloren. Gewinnt. Das bedeutet. Ich habe jetzt. Also ich habe jetzt 280 hingegeben. Und gewinne 280. Bedeutet. Ich habe jetzt 280 plus gemacht. Insgesamt. Habe ich jetzt von dem. Bot. Jedoch. 560 wiederbekommen. Weil. Ich bezahle erst die 280. Und bekomme dann 280. Plus. 280. So. Das. Ich glaube cool. Dann habe ich auch eins bekommen. Also kann ich das schon mal nicht. Jetzt nochmal zeigen. Deswegen lasse ich es direkt. Und komme zum nächsten. Das Roulette. Habe ich auch gemacht. Ist vielleicht ein ganz lustiges. Ein ganz lustiges Minigame. So ein bisschen nebenbei. Ein Revolver. Roulette kennt ihr alle. Munition. Ich glaube 6 oder 8 Schuss. Meiner hat momentan 8. 8? Ne. Meiner hat mehr. Meiner hat 9. Da ist sogar 1 zu viel. So. Bedeutet. Wir können jetzt. Ausrufezeichen. Roulette machen. Nichts passiert. Man kann auch. Noch ein Bann dazu fügen. Das bedeutet. Wenn du jetzt wirklich stirbst. Dass du dann. Für eine Minute. 2 Minuten. 3 Minuten. Nichts schreiben kannst. Weil du ja theoretisch. Tot bist. Das ist auch. Eine ganz gute Idee. Eigentlich. Habe ich mich jetzt. Noch nicht. So eingefügt. Weil ich das mit den Rouletten noch. Also es benutzen noch nicht so viele. Das ist mein kleines Problem. Aber. Es funktioniert erstmal soweit. Was als nächstes kommt. Das. Da habe ich. Ich weiß nicht. Wie lange dran gesessen. Ich habe da. so lange dran gesessen. Weil mich das so aufgeregt hat. Das ist theoretisch. Genau das gleiche. Wie das. Gmbl-System. Bloß. Ohne Lose. Du bekommst. Kein Lose. Einfach kein Lose. So. Ich habe es momentan. Ganz schlicht gehalten. Ganz schlicht. So. Wir haben wieder das gleiche Prinzip. Dollarzeichen. Add Points. In jeder Zeile. Als Anfang. User. Damit der. Wieder erwähnt wird. Und dann kommt die Textzeile. Die Würfel fallen. Es rollen. Und genau da. Kommt das. Was mich jetzt. Interessiert. Das ist dieses. Diese Emote. Also diese Emote. Von Twitch. Wenn man das jetzt benutzt. Ja. Also wir gehen jetzt mal auf. Ausrufezeichen. Spin. Das kostet kein Geld. Dieser. Also dieser. Comment kostet kein Geld. Und man kann nur ein bisschen Geld gewinnen. Der geht pro Minute. Also einmal pro Minute. Also pro User pro Minute. Und man kann 5 Zenny immer gewinnen. Und. Man kann halt immer. Drehen. Da gewinne ich zum Beispiel nichts. Ist ja okay erstmal. Das Problem ist glaube ich sogar. Ich kann die 5 hier vorne weg streichen. Wenn ich das sehe. Müsste ich nachher mal testen. Nicht dass ich das komplett kaputt mache. Auf jeden Fall. Ja. Ja. Spin. Da könnt ihr zum Beispiel auch die von eurem Beta Twitch TV zum Beispiel benutzen. Das habe ich letztens jetzt erst hinzugefügt. Das ist zum Beispiel von meinem guten. Äh. Äh. Ähm. Ja. Von einem Kunden. Sagen wir mal von einem Kumpel. Den ich äh. Jetzt öfters gucke bei Twitch. Der hat so schöne Emotes drauf. Immer wenn er schön guckt. Mit seiner Facecam. Das ist zum Beispiel. Kappa Kai. Kappa Kai. Der ist richtig nice. Oder sexy Kai. Oder Ero Kai. Und serious Kai. Das sind die vier Emotes die ich von ihm habe. Die habe ich selbst bearbeitet. Ich habe ihn gefragt ob ich das machen darf. Habe ich auch gemacht. Easy. Die sehen so geil aus. Das muss man nutzen. Also die sehen einfach awesome aus. Da kann man nichts sagen. Ich hoffe die werden irgendwann in Twitch Bank mit hineingefügt. Das wäre so nice. Auf jeden Fall. Das war es dann erst mal zumindest momentan mit den Random. Also Random Games. Also mit Mini Games eigentlich. Mit den 8-Boy. Und ähm ja. Es gibt halt auch noch bei mir Pokémon. Das ist aber zum Beispiel damals wo ich Pokémon gespielt habe. Pokémon. Da wird dir ausgewählt was du bist. Enteron bin ich. Und das bleibt ja zu drei Minuten. Kannst du machen. Und dann wieder. Dann wieder. Dann wieder. Ja. So. Ähm. Ja. Cue. Klingt logisch. Ist halt so. Open Cue. Bedeutet. Logischerweise. Warteschlange. Heißt. Ihr macht es auf. Leute können Ausrufezeichen Join machen. Und. Je nachdem. Wie ihr es dann habt. Könnt ihr dann einfach so machen. Ja. Erst spielt der eine mit mir. Dann der zweite. Dann der dritte. Oder. Die ersten drei. Dann die nächsten drei. Und so weiter und so fort. Könnt ihr einfach hier aufmachen. Ist dann da. Dann könnt ihr zum Beispiel in meinen Chat. Ausrufezeichen. Ausrufezeichen. Joint drücken. Rein theoretisch. Kommt jetzt da. Der ist 280. So. Ja. Wenn man es braucht. Kann man es machen. Wenn nicht. Erstmals. Kann man auch removeen. Einfach alle. Deveat for everyone. Ach. Yes. Song Request. Song Request ist jetzt für die ein oder anderen vielleicht gut. Vielleicht nicht so gut. Je nachdem. Manche Leute machen das auch über Mobot immer noch. Oder Mobot. Oder wie man es immer nennen will. Das ist halt ein. Also ein. Bot. Der über einen Server läuft. Auf einen externen. Der auch. Links erkennt. Beispielsweise auch nur die. Namen. Das bedeutet. Wenn man jetzt. Ausrufezeichen. Song Request. Ähm. Ja. Normalerweise macht man jetzt bei Anpods. Zum Beispiel den Link. Macht man den YouTube Link. Oder halt wenigstens die. Letzten Kürze. Und damit der das erkennt. Bei Mobot ist es so. Du kannst einfach nur den Titel hinschreiben. Zum Beispiel jetzt. Von. Skillet. Ähm. Freakshow. Dann. Findet der das in der Datenbank. Und. Ändet das zu der Song Request List hinzu. Das ist halt eine Bequemlichkeitssache. Kann man machen. Muss man nicht. Bei Anpods. Jetzt hier. Drum geht es. Hier kann man einmal. Wenn jetzt was kommen würde. Hier einmal das umstellen. Oder permanent hier unten. Die Volumenleiste. So. Skip. Repeat off. Add to Playlist. Logisch. Playlist. Kann man hier selbst einstellen. Kann es auch lassen. So. Wer alle Song Request benutzen darf. Ja. Die Basis Settings. Wer darf benutzen. Everyone. Das ist jeder. Viewer. Neuer. Ein Sekunden Mitglied. Äh. Sonst was. So. Die. Maximale Song. Äh. Song Dauer. 30 Minuten. Ist denke ich mal schon. Ein Lead. Was. Äh. Ein Thema vielleicht. Zum Beispiel. Was Extended ist. Könnte das schon hinkommen. Deswegen. Ist es momentan drinne. Max. Q. Äh. Ja. Max. Q Size. Also halt. Die größte Warteschlange. Die. Maximale Warteschlangengröße. In 10. Das ist halt. Ähm. Je nachdem. Äh. Für euch. Ob ihr halt. Nur 10 wollt. Oder gleich mehrere. Halt. 10. 3 Minuten. Circa in etwa. Sind das 30 Minuten. Wenn es jetzt normales Lied ist. So. Und dann kann man halt. Skippen. Also halt. Überspringen. Kann halt nur der Caster momentan. Bei mir. Das ist halt. Logischerweise. Ich. Der Account. Der ist 1980. Veto. Ist ein. Überspringen. Aber ein. Vote. Skip. Ist Veto. So. Wie. Äh. Zu Antiskip. Das sind. Ja. 9000. 9000. Weil ich halt. Nur skippen kann. Momentan. Das war's. Theoretisch. Schon zu dem. Song Request. Zumindest. So. Gehen wir weiter zu dem. Event System. Ich würde einfach sagen. Wir gehen einfach von hinten nach vorne. Ist ja immer das einfach so. So. Hier könnt ihr halt. Theoretisch auch wieder. Äh. Join Events machen. On. Join Event. Ja. Logisch. Hä? Klein. Only. Nein. True. False. Nein. Able. False. True. Volumen. Ist ja egal. So. Das sind halt nur jetzt. Die. Jump. Join. Die halt. Was halt. Gesprochen wird. Oder was halt. Wenn. Jemand kommt. So. Brauchen wir meiner Meinung nach nicht. Äh. Werde ich auch. Zu der Kategorie. Basis. Oder halt. Komplett weglassen. Denke ich mal. Weil es halt. Nicht unbedingt. Notwendig ist. Kommen wir zum nächsten. Würde ich meinen. Wir kommen jetzt zu den Timers. Die Timers. Die sind denke ich mal. Auch recht. Wichtig. Für die meisten Leute vielleicht. Hab ich jetzt momentan. Nicht so viel. Um ehrlich zu sein. Weil es halt. Einfach nicht. Zu viele Timers. Für mich gibt. Das hauptsächlich. Haben wir momentan. Äh. Social Media. Wird halt. Aller. Ich glaub. Fünf. Zehn Minuten. Zehn Minuten. Aller Zehn Minuten Intervall. Oder ab 20 Chatlines. Heißt. Wenn Leute 20 mal schreiben. Kommt eh mal der Post. Oder wenn 10 Minuten nicht ist. Kommt eh mal der Post. Ja. Bedeutet. Man kann auch vorne die Linkstimer. noch zu Comment machen. Das bedeutet. Wenn jetzt Links gepostet werden. Das heißt. halt auch noch mit den. Mit der Chatline. Runter zählt. Was jetzt nicht unbedingt sein muss. Weil es halt dann nur gespanned wird. Von einem Bot. So. Dann. Muss man halt einfach nur. Als Namen. Nur. Also. Der Name ist theoretisch. Nur für euch. Die Information. Was steht halt genau. Mehr ist es nicht. So. Dann könnt ihr einfach. Einen Text rein tippen. Und dann kommt der. Was auch noch. Eine gute Idee ist. Was ich jetzt hatte. Social Media. Ich hab das einfach kopiert. Und hab hier oben. Das einfach. Als. Comment eingegeben. Heißt. Ihr müsst nicht unbedingt. Comments machen. Mit Ausrufezeichen. Sondern. Es würde auch reichen. Wenn ihr zum Beispiel. Social Media. Eingibt. Und dann kommt der Post. Dann kommt. Einfach dieser Post. Ja. Das war es mit den. Timers. Das war mit den Timers. Genau. Timers war das erste Mal. So. Die Timers sind mal fertig. Könnt ihr theoretisch halt noch mehr einfügen. Was er braucht. Ich würde mal meinen. Wir kommen jetzt erstmal kurz zu dem. Dashboard. Das Dashboard ist eigentlich das. Panel. Vom Angbot. Theoretisch. Ihr könnt eure Titel beenden. Titel bearbeiten. Und auch eure Games. Das bedeutet. Ihr könnt hier vorne refreshen. Ob es sich was geändert hat. Oder. Ja. Oder nicht. Ähm. Also hier vorne halt. Die aktuellste. Äh. Nachricht. Oder den Titel. Wenn ihr zum Beispiel eure Mods. Oder sowas geändert haben. Könnt ihr nachgucken was es ist. Dann könnt ihr hier ein neuer Game wählen. Sagen wir jetzt zum Beispiel mal. Wir spielen Portionites. Ja. Portionites. Könnt ihr. Wenn es sich nicht aufs Richtige geschrieben ist. Könnt ihr hier runterklicken. Gucken. Und dann. Hochladen. Titel. Und Game. Updated. So. Ihr könnt. Äh. Theoretisch hier. Die kommerzielle. Teile. Normal starten. Und das ist halt einfach nur ein Timer. Trau mal nicht. Trau mal nicht. Ja. Klar. Wir lassen es. Autohostet. Das ist. Eigentlich ist es eine gute Sache. Wenn ihr euer Computer an ist. Das Problem ist. Dazu muss der Bot laufen. Es ist nichts anderes als Autohost. Das Problem ist. Der Host. Der Host. Wird angezeigt. Das automatische Hosten bei Twitch wird nicht angezeigt. Wenn ihr jetzt mal an den Tag zum Beispiel nicht streamt. Aber trotzdem Autohosten wollt. Hauts rin. Macht eure Leute rein. Und fertig. Hier unten sind halt. Wenn ihr nachgucken wollt. Wie alles gefolgt hat. In der letzten Season. Saison. S-s-s-s-season. Genau. In der letzten Season. Ja. Sich safe call. In der letzten Season. In der letzten Aufnahme. Bei der letzten Streams. Hier unten könnt ihr gucken. Welche Leute. Bei den letzten Streamen noch gefollowed. Subscries. Geradet. Oder gehostet haben. Kannst du halt nachgucken. Wenn ihr mal irgendwie. Weiß nicht. Vielleicht habt ihr was verpasst. Könnt ihr nachgucken. Aber das könnt ihr auch bei Tippi streamen. Oder bei Streamlabs. Oder wie auch. Wo auch immer ihr es benutzt. Ja. Das Dashboard ist damit auch. Eigentlich geklärt. Zu den allgemeinen Comments. Das ist jetzt ein bisschen mehr. Wie ihr schon seht. Ein Comment. Wird erstellt. Mit Ausrufezeichen. Meistens Ausrufezeichen. Oder ich weiß nicht. Was es noch gibt. Schrägstrich vielleicht. Nee. Ich glaube nicht. Aber Ausrufezeichen ist meistens das normale. So. Punkte zu vergeben. Mit dem Currency System. Also wenn ihr das jetzt hier oben benutzt. Das normale. Habt ihr jetzt schon gesehen. Kann man ja auch einfach so machen. Ihr könnt es auch einfach mit Ausrufezeichen GIF machen. Ich hab dafür den extra Comment eingestellt. Ich hab dafür den extra Comment eingestellt. Weil das dann halt einfach besser ist. Weil es halt auf Deutsch ist. Dazu müsst ihr einfach nur diesen Code einfach benutzen. Das einzige was ihr ändern müsst. Das ist diese Currency. Das Currency. Den Currency Namen. Welchen Namen ihr benutzt. Money. Steine. Sklaven. Fußbälle. Oder sonst was. Ja. Das könnt ihr ändern. So. Und dann müsst ihr vielleicht die noch geben. Oder ihr schreibt halt noch einen Text hin. Verschenkt. 20. Zennys. An. Blablabla. So. Das haben wir mit dem GIF. Das haben wir mit dem GIF-Punkten. Das Social Media hab ich vorhin gezeigt. Das TS. Weiß auch jeder. Das mit dem AdBot. Ad. Little. Death. Bot. Wenn jemand gibt. Es gibt Leute. Schlaue Leute. Die denken. Dass ein Bot kein Bot ist. Hi. Wie geht's dir? Ich bin ein Bot von Desmond. Und danke. Dass ihr dabei seid. Punkt. Ganz einfach. Ihr könnt Zennys geben. Das hab ich sogar als Whisper glaube ich. Ne. Das hab ich im Chat. Das Zennys hab ich im Chat. Und Zenni hab ich als Whisper. So. Könnt ihr auch ganz einfach machen. Seht ihr auch hier. Könnt ihr euch einfach rausschneiden. Oder. Ihr fragt mich einfach nochmal in den Kommentaren. Und dann kann ich das euch auch nochmal zur Not schicken. Oder ich mach euch einen Comment. Wenn ihr einen bestimmten braucht. Dann versuch ich das. So. Ja. Moment. Der momentane Song. Currency Song. Gewünscht von. Requested by. Klingt eigentlich logisch. Wenn man die Detail hat. So. Online Uptime braucht man dafür. Whisper. Start. So. Giveaway. Ausrufezeichen. Das einzige was jetzt noch. Ähm. Für euch. Für Ausstiegende jetzt nicht so sauber ist. Ist das hier. Das sind die APIs. Die APIs zeigen euch. Zum Beispiel. Wer. Wie lange followt. Das müsst. Dann müsst. Wenn ihr das benutzen wollt. Müsst ihr hier. Diesen Namen. Mit eurem Kanal ändern. Also in euren Kanal ändern. Jetzt zum Beispiel. XY Hans Wurst. Da könnt ihr zum Beispiel. Ausrufezeichen follow machen. Das wird jetzt kommen. Ich werde. Ich follow den Kanal nicht. Weil ich mir nicht selbst follow. Dann könnt ihr. Jedoch. Entweder lasst ihr es so. Dass ihr einmal follow habt. Also nur Ausrufezeichen follow. Das ist für eigene User. Oder ihr macht. Follow. Noch ein extra. Äh. Noch extra comment. So wie ich. Mit target. Das target reagiert so. Dass ihr ein. Leerzeichen machen müsst. Und dann einen Username. Bedeutet. Wenn jetzt zum Beispiel. Sagen wir mal. Unseren schönen Yuki. Wo ich auch die Emotes habe. Benutze. Ich weiß gar nicht. Ob er mir. Ich glaube er followt mir. Können wir mal gucken. Seit. Einen Monat. Seit einem Monat. Followt er mir schon. Ein bisschen mal überlegen. Einen Monat schon. Das hätte jetzt nicht gedacht. Und. Ja. Das ist halt das an der API. Was jetzt noch ein bisschen. Rostruggelt. Das Problem ist. Das gibt es auch bei mehreren. Das ist genauso wie zum Beispiel Time. Es gibt die Time. Wann ein Account zum Beispiel existiert. Ich glaube da müsste ich zum Beispiel Target rein machen. Habe ich Target reingemacht. Genau. Target heißt. Der ist 280. Mein Account besteht schon seit drei Jahren und drei Monaten. Das Problem ist. Du kannst diesen Time kannst du von jedem machen. Du kannst hier. Ich weiß nicht. Du kannst hier noch Kronk reinhauen. Du siehst auch wie lange Kronk ist. Wenn du diese API hast. Weil diese API auf die Server API von Twiz zugreift. Heißt. Jeder kann das benutzen. Was haben wir noch schön. Ich finde. Haben wir noch eine andere API. Ich glaube ich habe noch keine andere API. Follow Age. Ne. Ich habe keine andere. Was. Ich habe keine andere API. Ja. Das war es dann mit den Comments hier schon. Das ist jetzt je nachdem was ihr für Comments benötigt. Müsst ihr das halt anpassen. Das ist halt jetzt ein Problem. Was ich jetzt nicht wirklich sagen kann. Ihr könntet hier zum Beispiel bei Docs reingehen. Bei Unquart. Das wird immer mitgeliefert bei der Installation. Da habt ihr hier so eine PDF Datei. Von Markin. Vom Unquart. Und da könnt ihr halt mal reingucken. Was ihr halt benötigt. Da wird halt auch nochmal ausführlich eigentlich erklärt. Was ihr benötigt. Es ist zwar Englisch. Klar. Nicht jeder kann es. Es ist halt wirklich manchmal. Ich weiß es. Manche Älteren. Oder auch manche Leute. Die halt. Nicht so. Die Deutsch oder Englisch kennen. Besser gesagt sind. Ja. Haben da halt vielleicht ein. Zwei. Drei Probleme. Aber. Man kann ja immer Videos gucken. Oder halt auch fragen. Weswegen ich halt auch dieses Video mache. Weil es Leute gibt. Die noch nicht alles wissen. Oder auch noch nicht alles können. Oder sonst was. So. Ich weiß. Ich meine gut. Ich weiß auch noch nicht alles über den Unquart. Das weiß ich. Aber. Es gibt schon Sachen. Wo ich denke. Ja. Es sollte reichen eigentlich. Weil. Es sagen auch Leute mittlerweile. Der Phantom Bot ist besser als Unquart. Das Problem ist. Wenn ich die Leute frage. Was daran besser ist. Kriege ich nur Antworten wie. Der ist besser. Der kann mehr. Wenn ich dann frage. Was kann der mehr? Ja. Der kann mehr. Denkst du dir nur so. Ja. Toi. Habt doch gut gemacht. Auf jeden Fall. Gucken wir uns jetzt noch. Die letzten. Tieferen Eigenschaften an. Von dem Unquart. Also. Geht's weiter. Weiter geht's. Bei dem. Ich würde sagen. Ein Quotesystem. Das ist jetzt erstmal. Ein System. Wie zum Beispiel. So ein Zitat. Einfach wie so ein Zitat. Das ist wie. Wenn euch zum Beispiel. Irgendwas. Geiler Satz. Einfällt. Oder sowas. Oder einen. Den Zuschauer. Einen geilen Satz hat. Den könnt ihr dann halt. In dieses System. Ineinfügen. Ich hab jetzt hier zum Beispiel. Ja. Von. Art of Schopenhauer. Und halt auch allgemein. Ein paar Zitate. Du siehst die Welt. Nicht so wie sie ist. Du siehst die Welt. So wie du bist. Es ist halt. Ähm. Schon. Sachen. Ich hab jetzt hier zum Beispiel. Eins drin. Von Mika. Mika X43. Bin in Bronze. Dank Rito. Für diesen. Einrank. Für dieses Einrank System. Und die Leute. Die das Spiel nicht verstehen. Ja. Könnt ihr oben auch hinzufügen. Jede einzelne ID. Eins. Also null bis. Unendlich wieder. Ihr könnt auch. Anzeigen lassen. Wann. Zum Beispiel. Ich glaub das kann ich sogar. Warte mal. Wo ist. Wie wann. Das ist ja auch. Aufrufezeichen. Quotes. Oder Quote. Sechs. Ja. So ging das. Ausrufezeichen Quote. Sechs. Dann die Zahl. Also halt. So. Du kannst auch neu hinzufügen. Und zwar. Musst du da glaub ich. Ähm. Add machen. Add Permiss and Moderator. Also theoretisch. Müsstest du ja dann. Mit Ausrufezeichen. Quote. Add. Wir versuchen es einfach mal. Quote. Add. Ähm. Test. Ja. Funktioniert. Test. Portionals. Nice. Dafür ist dann halt das Datum da. Waze hat bekommt. Ähm. So. Weg damit. Das war's Quote System. Wir gehen ganz schnell noch weiter zu dem. Nächsten System. Besser gesagt zu dem nächsten. Extra Programm. Und dann. Sind wir auch bald am Ende. Hier kommen wir zu dem Giveaway. Das Giveaway ist ein bisschen makaber mit dem Timer. Das habe ich jetzt schon öfter mitbekommen. Das ist ein bisschen bugged. Aber ist jetzt auch okay. Timer. Ich würde euch sowieso. Euch. Um ehrlich zu sein. Kein Timer empfehlen. Weil das zu sehr rumbackt. Finde ich. Das ist nicht. Das kann man nicht richtig. Äh. Konfigurieren. Von. Von der Zeit her. Wenn ihr zum Beispiel. Wenn du kannst jetzt hier so. Also meine Maus. Ist dafür recht. Zu schnell. Eine Minute oder sowas. Kann man machen. Muss man nicht. Kann man das sein lassen. Alter. Timer. Dafür würde ich jetzt nicht benutzen. Könnt ihr rein machen. Wie ihr es wollt. Ausrufezeichen Kappa. Ausrufezeichen Stein. Ausrufezeichen Baum. Wird beim Starten des Giveaways. Angezeigt. Heißt. Start giveaway. A giveaway. A giveaway for. Has started. What the fuck. Ach. Price. Okay. Hehe. Hehe. Der Preis. Kann man mal kurz stoppen hier. Voll vergessen. Ja ist okay. Reset. Hier oben. Pick. Ähm. Keine Ahnung. Äh. Xbox One. Ja. Start. For. Xbox One has started. Everyone. So. Und type. Ausrufe. Und random. To join. Dann seht ihr an der Seite. Meinen schönen kleinen Nick. Und den könnt ihr dann auslosen. Pick winner. And the winner. And the winner is. NC Hammer. No. Okay. Da könnt ihr theoretisch dann halt auch noch das Allow von Multi Entries eingeben. Dass zum Beispiel Leute öfters reinkommen können. Aber. Ihr könnt aber auch bezahlen lassen pro Eingang. Das würde ich dann zum Beispiel bei dem Multi Entry dann machen. Dass du halt auch was bezahlen musst. Um bei dem Giveaway mitzumachen. Das wäre ja zum Beispiel auch eine Sache wie. Die intelligenter wäre. Sonst ist das Giveaway hier auch schon zu Ende. Von dem System her. Und ja. Ich würde meinen, wie geht weiter. Zum nächsten. Ihr habt jetzt hier den Death Counter. Den Death Counter. Der gerade hier ist. Problem bei dem ist. Soweit ich jetzt gesehen habe. Der geht mit dem neuen OBS noch nicht. Ihr könnt ja mal. Ich würde jetzt einfach mal versuchen. Mit einer Fensteraufnahme. Und die hier einfach mal einzufügen. Genau. Das ist nämlich das kleine Problem. Auszeige aufnehmen. Copper Divi. Äh. Ne. Das ist nämlich bei dem anderen Bot. Kannst du nämlich die kleine oben stehen. Da müsste ich jetzt wieder ein OBS mal gucken. Speed. Maske. Blenden. Zuschneiden. Hier zuschneiden. Fett. So. Äh. 200. Okay. Da müsste. Das müsste man jetzt doch. Also das geht. Das geht. Weil dann kann man halt. Jetzt hier das an der Seite wegschneiden. Ich weiß nicht. Dann. Echt. Äh. Und hier unten. 200. Mehr. 300. Ah. Ist so viel. 250. 270. Oh Gott. 280. So. Wow. Ich hätte wirklich einfach meine Zahl nehmen sollen. So. Dann müsst ihr jetzt hier doch bei OBS. Das ist jetzt OBS gerade. Äh. Ich kann es mal rüberziehen. Ich habe jetzt jetzt hier so. Zuschneiden. Links. Oben. Rechts. Unten. Habt ihr hier halt Zuschneiden Pad. Zuschneiden Pad. Das ist gerade hier. Zuschneiden Pad. So. Und dann könnt ihr hier den Color Key nehmen. Color Key. Und sucht jetzt die Farbe. Das ist eine definierte Farbe. Farbe auswählen. Und. Kann ich jetzt auswählen. Kann ich nicht. Ähm. Ja. Es ist grau. Es ist grau. Ähm. Ich würde wahrscheinlich einfach rot nehmen. Rot. Ganz oben. In der Ecke. So. Dann können wir nehmen. Oh. Jetzt habe ich das weggeklickt. Tü tü tü. Komm. Wir testen jetzt noch ein bisschen. So. Dann können wir nämlich jetzt. So. Können wir bei der Aufnahme. Gehen wir wieder in den Filter rein. Ob das direkt hier drüben ist. Ist es natürlich nicht. So. Dann können wir hier ein bisschen Color Key auswählen. Dann nehmen wir rot. Ganz oben. So. Und sollte es komplett durchsichtig sein. Können wir noch die Ähnlichkeit mitnehmen. Damit das nicht so. Kreulich ist. So. Und jetzt sollte man eigentlich nichts sehen, oder? Kloppt? Nee, geht. Jetzt haben wir den Deathcounter drin. So, das müsstet ihr halt auflassen. Könnt ihr halt irgendwo hinschieben, wenn ihr wollt. Vielleicht auch nicht. So. Okay, je nachdem, wie es angepasst ist, ne? Könnt ihr es halt einfach hinschieben und dann offen lassen. So. Da. Ups. Ich hab's runter... Oh, ich hab's kaputt gemacht. Ähm... Na, nice, das scheiße. So, nee. Äh... Chatty. Verdammt, hier drüben fehlt irgendwas. Das? Das? Hier drüben fehlt irgendwas. Da könnt ihr halt auch noch, ähm... Die extra Text halt reinschreiben. Wenn ihr jetzt halt, äh... Wenn ihr zum Beispiel was ändern wollt, dass alles, was ihr jetzt im Video gesehen habt, jedes einzelne System der Systeme. Betting, Pool, Currency, Giveaway, Quotes, Hosts, Timers, Comments, Songrequest, Deathcounter und sonst was. Ihr könnt es einfach mit dem Deathcounter hier angreifen. Und... Machen wir mal, äh... Steigt. Steigt auf. Steigt auf. So, machen wir mal was zu. Äh... Death plus. Steigt auf. Death. Nee, steigt. Schau mal was. Verdammt. Christian, müssen wir mal anders schreiben. Ähm... Ich hab schon wieder drauf... Ich bin schon wieder drauf gekommen. Ähm... Death. Death. Anstieg. Ja, Anstieg eigentlich. Anstieg. Und jetzt theoretisch, äh... Death plus. Anstieg, Death. Death is. Death. Ich komm immer auf diese Open. So. Da kann's halt, wie gesagt... Also kann man hier... Jedes einzelne Ding kann man halt nochmal hinschreiben. Was man halt... Hat. Was man haben will. Was man... Umändern will. Jedes. Alles. Jeder, wer möchte. Ich hab's mir jetzt noch nie umgestellt, weil ich es halt noch nicht so... Unbedingt ist. Whisper Configuration. So. Das bedeutet eigentlich, dass der... Whisper... Von... Dem Anc-Bot angenommen wird. Also rein theoretisch. Both. SFX. Ich whisper jetzt mal mein Little Death Bot an. Schrägstrich. W. Warte mal. Mach's hier oben mal in den Chat. Schrägstrich W. Little. Death. Bot. Schreibe jetzt mal einfach mal. Äh. Wilhelm Scream. Verdammt. Kein Ausrufezeichen gemacht. Das geht zum Beispiel. Ausrufezeichen Wilhelm Scream. Das ging. Also könnt ihr das jetzt wirklich mit dem Whisper Funktionen, mit dem SFX Tönen wirklich benutzen. Das geht. Ihr könnt das per SFX benutzen und ihr könnt es auch einfach so benutzen. Ohne dass sogar jemand im Chat ist. Na gut, das könnt ihr jetzt theoretisch Atempissen, je nachdem was es ist, ne. So. Die Death. Ähm. Ja. Plus, minus, Chat. Oh nein. Äh. Ja. Je nachdem, ne. Das könnt ihr halt auch wieder alles umstellen. Das von dem Join. Das ist halt alles, was der Bot im Whisper annimmt. Oder halt nur im Chat. Je nachdem. Wenn ihr jetzt zum Beispiel eine anonyme Wette machen wollt, könnt ihr zum Beispiel auch Both machen. Da weiß nicht, da weiß man nicht, wer was für wen gewettet hat. Da gibt es dann auch wieder die Sache, ja komm, kann man machen, muss man nicht. Ich würde es halt erstmal im Chat alles lassen, bis man halt sich da mal ein bisschen rumgeguckt hat, ein bisschen funktioniert. Und ja. Deswegen. Das würde auf jeden Fall schon mal besser klappen. Ich weiß gar nicht, was Ausrufezeichen Game bedeutet. Was passiert, wenn ich Ausrufezeichen Game eingebe? Fail to update Game. Ja okay, das geht ja nur mit Dings. Das geht ja nur mit, äh, Dings. Editor. Ausrufezeichen Game. Und dann, äh, was machen wir denn? Äh, warte mal, was testen wir? Testen, testen, testen. Skysager. Skysager. Game has been updated to Skysager. Okay, das ist doch schon mal, das funktioniert zum Beispiel auch. Das geht dann auch über Whisper und alles. Und deswegen ist das eigentlich recht, äh, eine gute Sache. Das wär's hier mit Unkbot. Um ehrlich zu sein. Mir würde jetzt nichts mehr einfallen, was gerade mir würde echt gerade nicht mehr einfallen. Habe ich irgendwas noch vergessen? Ja gut, ähm, dann war's das hier, würde ich jetzt mal meinen. Würde das Tutorial hiermit beenden. Und je nachdem, wenn es euch gefallen hat, könnt ihr mir einen Daumen nach oben da lassen. Wenn es euch nicht gefallen hat, wenn ich zu schnell irgendwas erklärt hatte, zu oder zu wenig, dann könnt ihr mir auch einen Daumen nach unten machen. Oder ihr schreibt mir einfach in die Kommentare. Und dann kann ich auch noch mal detaillierter und noch feiner, wenn wirklich noch was ist, wie jetzt zum Beispiel die ganzen, ähm, Einstellungen für User zum Beispiel. Also hier zum Beispiel das Dollarzeichen User, das Aus ist, das Dollar Comment, das Dollar Point, sind, dass alles diese ganzen Dollarzeichen, wie in der Dokumentation, äh, Dokumenten, also in den Dokumenten drin, also Dokumentation, ja Dokumentation drin sind. Habe ich doch richtig gesagt, in der Dokumentation drin sind. Dann kann man die auch mal nutzen. Dann müsst ihr mir das sagen, kann ich das machen und dann ist das okay. Ich habe jetzt erstmal das, ähm, Ankbot Tutorial so fertig gemacht, weil, ähm, es ist schon recht viel geworden. Hätte ich nicht gedacht, dass es, äh, so recht viel ist. Muss ich da mal gucken, was ich rumschneiden kann. Und dann würde ich mich freuen, wenn ihr auf jeden Fall was da lasst und dann viel Spaß beim Ausprobieren und bis zum nächsten Mal!